Der Gefangene ist der Kartellboss Gabriel Cortez. Wir werden ihn über Las Vegas in ein Hochsicherheitsgefängnis verlegen. Das Kartell ist da. Feuer! Aufstieg! Schnell! Findet den Mann! Ich will eine Straßensperre. Genau da, sofort! Was für ein Auto ist das? Corvette ZR1. Schneller als jeder Helikopter. Das FBI sagt, da wäre ein flüchtiger Schwerverbrecher auf dem Weg zu uns. Dann hagelt's amtlich Scheiße. Ich lasse nicht zu, dass dieser Typ durch unsere Stadt fährt, ohne mich zu wehren. Wie wollen wir gegen diese Feuerkraft ankommen? Ich hätte da eine Idee. Das ist mein kleiner Nazi-Killer. Hast du genug Munition? Hau, hau, hau. Nenn mich Conan. Wie fühlen Sie sich, Sheriff? Alt. Bo? Wer zum Teufel sind Sie? Ich bin der Sheriff. Ich bin derだけ. Ich bin der embr silic. Tor-Tai. ... mit.